Götter Zertifikat B1 Prüfung, Sprechen Thema Wohngemeinschaft Was denken Sie über Wohngemeinschaft? Soll Studenten und Studentinnen zusammenleben? Das Thema meiner Präsentation ist WG. Meine Präsentation besteht aus folgenden Teilen. Zuerst möchte ich Ihnen von meinen persönlichen Erfahrungen erzählen. Danach beschreibe ich die Situation in meinem Heimatland. Dann möchte ich über Vor- und Nachteile sprechen. Zum Schluss sage ich meine Meinung. Nach dem Schulabschluss ziehen viele junge Leute oder Studenten und Studentinnen von zu Hause aus. Ich kann mich gut vorstellen, wie schwer es ist, in einer Wohngemeinschaft zu wohnen. Es ist schwer, mit vielen Personen unter einem Dach zu wohnen. Jetzt geht es um meine persönlichen Erfahrungen. Ich habe keine Erfahrungen zu diesem Thema. Als ich studierte, wohnte ich bei meinen Eltern. Jetzt würde ich gerne über die Situation in Armenien sprechen. In meinem Heimatland wohnen viele Leute zusammen. Ich denke, alle Studenten und alle Singles wohnen in Wohngemeinschaften, weil das eine billige Option ist. In Armenien wohnen alle Menschen und Jungen voreinander in Tränen in Wohngemeinschaften. Nun erwähne ich einige Vor- und Nachteile. Die Vorteile In einer WG kann man Freunde fürs Leben finden. Beim Lernen kann man auch mal nach Hilfe fragen. Man fühlt sich nicht langweilig. Und wenn man mit anderen Personen wohnt, lernt man viele neue Sachen von anderen. Zum Beispiel neue Sachen zum Kochen und andere neue Fähigkeiten. Kann man Erfahrungen mit dem anderen teilen. Außerdem ist es billiger, die Kosten eine Wohnung zu teilen. Ein anderer Vorteil ist, dass man nicht allein ist. Und man kann mit dem anderen Studenten zusammen lernen und zusammen Spaß haben. Die Kosten Ein WG-Zimmer ist meist günstiger bekommen als seine eigene Wohnung. Das Telefon- und Internetabschluss meist von allen Bewohnern genutzt werden. Soziale Aspekte Wenn man in eine fremde Stadt zieht, ist eine WG eine gute Möglichkeit, neue soziale Kontakte zu knüpfen. Das Kochen Wer keine Lust hat, alleine zu kochen, kann sich mit seinen Mitbewohnern zusammenschließen und Kochteams bilden. Die Nachteile Wenn Sie und Ihre Mitbewohner Streit machen, können Sie sich nur schwer konzentrieren. Das Leben in einer WG kann auch Nerven kosten, vor allem, wenn man sich nicht mit allen Mitbewohnern versteht. Das Putzen Das Putzen ist ein häufiger Streitgrund in WGs, da jeder Bewohner seine ganz eigene Vorstellung von Sauberkeit hat. Meiner Meinung nach muss man in einer eigenen Wohnung wohnen. So kann man Ruhe und Privatsphäre haben. Das ist wichtig für ein richtiges Leben. Das war meine Präsentation. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Vielen Dank.